Wir wollen heute über Threads sprechen. Threads von Meta bzw. von Instagram als Twitter-Konkurrent gelauncht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, hat sich einiges verändert. Zunächst mal hat er die halbe Belegschaft rausgeschmissen. Dann hat er die halbe Werbekundschaft vergrault. Dann hat er Twitter in X umbenannt oder in X, wie wir cool people sagen. Und dann hat er verschiedene Dinge zurückgenommen. Man darf jetzt wieder fröhlich vor sich hin schwurbeln. Hassrede ist wieder erlaubt auf Twitter und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich erzähle euch nichts Falsches. Ich hoffe auch, ihr könnt mir folgen. Elon Musk hat meiner Meinung nach sehr merkwürdige politische Ansichten. Und alle anderen dürfen ihre merkwürdigen politischen Ansichten ebenfalls bei Twitter teilen. Und das alles wird kaum noch moderiert. Und überhaupt die Entwicklung von X, von Twitter, das hat irgendwie eine Richtung genommen. Die finde ich nicht gut. Deswegen schaue ich auch immer wieder mal nach Alternativen zu Twitter. Da habe ich mir zum Beispiel Mastodon vor einiger Zeit angesehen. Das müsstet ihr auch in dieser Serie hier finden können, das Video. Und jetzt als nächstes ist eben Threads dran. Auch Meta gegenüber bin ich sehr, 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 sehr skeptisch. Ich habe meinen Facebook-Account gelöscht nach zehn Jahren. Jetzt wieder schon das zweite Mal, dass ich ihn gelöscht habe übrigens. Endgültig, ich finde Facebook extrem unsympathisch. So als Firma, als Datensammelkrake. Ich möchte da kein Teil mehr davon sein. Und auch die ganzen sogenannten Freunde, von denen man nicht mal die Telefonnummer hat, das ist irgendwie... Ich denke mir, wenn die Leute was von einem wollen würden, dann hätte man auch schon die Nummern ausgetauscht. Facebook ist zwar ganz praktisch für faule Leute, die dann an Geburtstage erinnert werden. Und um einfach zu sehen, was machen die alten Bekannten von früher, ist schon gut, hat schon auch seine Vorteile. Aber für mich haben die Nachteile überwogen, sodass ich meinen Account gelöscht habe. Das als kleine Vorrede, weil Threads ist ja auch von Meta, also auch von Facebook sozusagen, beziehungsweise von Instagram. Nachdem ich jetzt also mein Facebook-Konto gelöscht habe und jetzt Threads ausprobieren will, musste ich mir erstmal ein neues Instagram-Konto erstellen. Also ihr braucht grundsätzlich Instagram, um Threads nutzen zu können. Threads hat kein eigenes Login-System oder ähnliches. Ihr loggt euch wirklich bei Insta ein und dann könnt ihr Threads erst benutzen. Und als das hier gelauncht wurde in Europa, gab es auf der Webseite irgendwie Probleme. Also speziell bei Instagram konnte ich mich nicht anmelden. Ich bin immer wieder in diese Nutzungsbedingungen reingekommen. Hab dann versucht, die Seite oben manuell zu wechseln, bin ich aber wieder umgeleitet worden. Ich bin einfach nicht aus diesem Nutzungsbedingungszeug rausgekommen, obwohl ich das schon lange akzeptiert hatte. und das ging eine Woche oder so. Ich hab mir da Spaß draus gemacht, immer wieder die Seite zu aktualisieren und das ging nicht. Und ich weiß nicht, ob die den Bug, den Fehler, ob die den bis heute behoben haben. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte mich jedenfalls, langer Rede kurzer Sinn, nicht am Desktop bei Instagram anmelden. Man braucht zwingend die Mobile-App. Also ich habe die Mobile-App zwingend gebraucht. Ich wollte schon aufgeben, mich dort anzumelden. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mir die App runterzuladen. Und damit hat es dann irgendwie funktioniert. Da wurden die Nutzungsbedingungen dann akzeptiert. Und seitdem kann ich das Ganze jetzt hier auch am Desktop eben benutzen. Das ist mein Instagram-Account und zu Threads kommen wir gleich. Also das mit X, mit Twitter, das sehe nicht nur ich so. Das sehen anscheinend auch andere so. Und wir wollen mal noch kurz was sagen zur Geschichte von Threads. Bereits im Jahre 2019 veröffentlichte Instagram nämlich eine App namens Threads. Die App war als kamerazentrierte Messaging-App zum Teilen von Fotos, Videos und Statusmeldungen mit einem engen Freundeskreis konzipiert. Die App wurde im Jahr 2021 wieder eingestellt. Das Unternehmen teilte mit, die Entscheidung Threads zu schließen getroffen zu haben, da viele der beliebtesten Funktionen wie automatisch Bildunterschriften und Statusmeldungen auf Instagram entweder bereits eingeführt wurden oder eingeführt werden sollen. Instagram war auch der Meinung, es könne seine Bemühungen hinsichtlich Messaging besser fokussieren, wenn seine Aufmerksamkeit nicht zwischen zwei verschiedenen Apps aufgeteilt werde. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk haben die Konkurrenten von Twitter versucht, aus der Abwanderung der Nutzer Kapital zu schlagen. In einer Sitzung Ende 2022, bei der es um die Entwicklung von Strategien für den Wettbewerb mit Twitter ging, diskutierten Mitarbeiter von Meta-Plattformen über die Ausweitung der Einführung von Instagram Notes, einer bevorstehenden textbasierten Funktion für Instagram, sowie über die Entwicklung einer separaten auf Text ausgerichteten App. Ja und so hat man dann Threads irgendwie wiederbelebt und wir schauen uns das jetzt mal an. Also ihr könnt das am Handy nutzen, es gibt eine App und ihr könnt das auch am Desktop nutzen, so wie ich das mache, wobei ich auch die App mir vorstelle, könnte zu benutzen, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel. Und Threads ist so einfach und clean, dass ich Angst habe, das Video gar nicht auf 10 Minuten strecken zu können. Nein, Quatsch, mal gucken wie lang das wird. Das hier ist Threads, das erreicht ihr dann per Klick über Instagram auf diesen Button. Und das ist mein persönliches Profil, das habe ich mir angelegt, mein Profilbild, meine Profilbeschreibung. Die Anzahl meiner Follower ist noch sehr niedrig, ihr dürft mir also gerne folgen, wenn ihr mögt. Und dann haben wir hier rechts so ein Menü, da können wir den Anzeigemodus ändern und umschalten zwischen hell und dunkel. Wir haben außerdem Einstellungen, wir können das Ganze hier zu einem privaten Profil machen. Wir können einstellen, ob wir bei Erwähnungen anderer Nutzer benachrichtigt werden wollen. Wir können Nachrichten und Kommentare verbergen, also filtern, aber ich will das gar nicht unbedingt filtern. Aber hier kann jeder Nutzer also bestimmte Wörter sozusagen ausblenden. Wir können blockierte Profile uns anzeigen lassen und wir können Gefällt mir Angaben verbergen, wenn wir das möchten. Dann gibt es Kontoeinstellungen, ohne Profil verwenden, Profil deaktivieren oder löschen. Weitere Kontoeinstellungen, es gibt eine Hilfe und damit haben wir die Einstellungen im Wesentlichen abgearbeitet. Es gibt noch eine Info, Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen, Cookierichtlinie etc. Das ist das Menü hier rechts und wir können uns abmelden. Hier kommen wir wie gesagt zum Profil, da waren wir gerade eben schon. Es funktioniert im Prinzip genau gleich wie bei Twitter. Wir können zwischen Threads, Antworten und Reposts umschalten. Wir können uns per Klick auf das Herz verschiedene Dinge anzeigen lassen. Zum Beispiel, wenn wir etwas gut fanden, wenn wir etwas geliked haben, wird das hier angezeigt. Neue Follower werden hier angezeigt. Antworten, Erwähnungen, Zitate, Reposts und Verifiziertes. Da kann ich euch aber auch nicht genau sagen, was das ist. Ein Thread starten, das machen wir gleich. Dann gibt es hier die Home-Funktion. Hier sehen wir im Prinzip alle Threads von Menschen, denen wir folgen. Das ist also unsere persönliche Timeline sozusagen. Dann gibt es hier die Lupe, die Suchfunktion. Wenn wir die Lupe anklicken, dann haben wir vor allem hier mal verschiedene Vorschläge, wem wir denn so folgen könnten. Das sind Profile von anderen. Wir können aber auch suchen. Zum Beispiel, ich teste einfach mal nach Ukraine. Da finden wir dann auch Threads, wo Ukraine als Keyword mit drin ist. Wenn man an sich auf die Suchfunktion klickt, passiert erstmal nicht viel. Hier werden uns nur andere Profile vorgeschlagen. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und hier, das ist nochmal sowas wie die Home-Funktion. Das hat eigentlich exakt die gleiche Auswirkung, wenn wir da drauf drücken. Schauen wir uns noch an, wie so ein Thread geschrieben wird. Das funktioniert im Prinzip ähnlich wie bei Twitter. Wir klicken drauf und können dann unseren Thread abschicken. Schreiben erstmal natürlich. Dies ist ein Beispiel Thread. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, bei Twitter hier mit der Raute bestimmte Keywörter zu suchen, zu finden. Zum Beispiel Threads. Also hier können wir Keywords suchen und dann auch entsprechend anklicken. Und dann wird das hier auch als Keyword eingebaut. Wir können aber auch etwas zum Thread hinzufügen. Also zum Beispiel zusätzliche Antworten. So, und dann können wir halt hier auch noch zum Beispiel Keywords hinzufügen. Ist jetzt hier alles nur mal ein Beispiel. Also funktioniert im Prinzip ähnlich wie bei Twitter. Ich glaube, es gibt hier auch eine Zeichenbeschränkung. Maximal 160 Zeichen. Bin mir da aber nicht ganz sicher, wie genau die Beschränkung ist. Andere Personen können antworten. Ja, also sehr, sehr simpel. Sehr, sehr einfach aufgebaut hier. Das Ganze, das versteht sich von selbst, wie das Ganze hier eigentlich funktioniert. Das allerbeste an Threads ist, es ist komplett werbefrei. Es wird moderiert, das Ganze hier. Also es wird besser moderiert wie Twitter definitiv. Und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was ist eure Meinung dazu? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Bis dahin. ... Untertitelung des ZDF, 2020